Tipp Fans, jetzt wollen wir nochmal die erste Liga tippen. Ganz schnell und lustig. Das wird ja ganz schwierig werden, die letzten beiden Spieltrage. Da kann ja alles passieren. So wollen wir mal anfangen. Hoffenheim gegen Bremen. Hoffenheim braucht auch noch Punkte. Bremen könnte noch reinrutschen in das internationale Geschäft. Aber ich sag, das gewinnt Hoffenheim 2-1. Wir haben mit Dortmund Düsseldorf. Ja gut, das ist natürlich eine Sache, die nicht mehr so ganz interessant ist. Das gewinnt Dortmund wegen der Heimbilanz oder Heimspiel. Sonst sehe ich da kein großes Problem. Düsseldorf hat sich gerettet, hat eine gute Saison gespielt. Das gewinnt Dortmund 3-1. Hoffen wir lieber Kusenschalke. Ja gut, Schalke hat sich das ja nochmal irgendwie hingerappelt. Die wissen auch nicht warum mit dem 0-0. Aber ich hab ja immer gesagt, für Hüppe ist das gleich auch keine Erb. Zu den Pillen-Drehern gesagt, das ist natürlich eine gute Truppe. Und jetzt kann ich nur noch sagen, herzlichen Glückwunsch. Kommt Gerem Dehre bei auch noch. Die in der HSV damals verschenkt hat, das wissen wir ja alle. Die haben sich auch nicht verschenkt für 2-1. Und jetzt bringt er 32. Bruno Labbadia, den hast du auch eine Uhr. Aber nochmal zum Pillen-Drehern gegen Schalke. Das gewinnt der Pillen-Drehern 3-0. So haben wir Leipzig, Bayern. Ja gut, Leipzig ist natürlich jetzt auch oben durch mit den Champions League. Und Bayern, gut, Bayern muss natürlich noch ein bisschen strampeln. Aber ich sag eins, das gewinnt Bayern München 2-1. Leipzig ist durch, die haben auch nicht mehr so Bock. Die ziehen nicht mehr richtig auf. Weil der Werner geht wohl doch nach Bayern und der macht sowieso nicht mehr viel. Dann haben wir Stuttgart gegen Wolfsburg. Das ist natürlich nochmal interessant, ob Bruno nochmal richtig nachlegt. Weil Bruno schafft das wohl noch in der Europa-Liga. Und Stuttgart muss auch jeden Punkt haben. Ich tippe doch mal 1-1. Dann haben wir Aufbruch Herder. Uninteressant 0-0. Dann haben wir Hannover auch gegen Freiburg. Ist auch für mich uninteressant. Freiburg ist durch. Und Hannover steigt ab. Da wird ein 4-Gewinn Hannover oder 1-0. Aber bei mir passiert auch nicht. Also ich tippe mal ein 1-1 an Hannover gegen Freiburg. Dann haben wir Nürnberg, Gladbach. Ja, das wird nochmal hochinteressant. Also Gladbach hin, Gladbach her. Die brauchen noch die Punkte. Die können ja auch nochmal ins internationale Geschäft. Aber in Nürnberg traue ich alle dazu. Die kämpfen noch. Die Jungs sind noch richtig voll motiviert. Das gewinnt Nürnberg 2-1. Dann haben wir Frankfurt gegen Mainz. Ja, Frankfurt muss man sehen, was sie am Donnerstag machen können. Wenn sie da gewinnen, dann kann Mainz sogar noch gewinnen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das gewinnt Frankfurt auch. Ist egal, was passiert gegen Chelsea. Frankfurt gewinnt das gegen Mainz 1-0. Alles Gute, Jungs. Und einen schönen Sonntag. Hau rein. Das Tango. Tschüssi.